okay raus bist du ist das die ferngelenkte rakete ist es die ferngelenkte rakete ich glaube ich über die ferngelenkte rakete die so arsch laut gewesen ach du scheiße wie viel damage hat hier gemacht so einen schönen großen bogen machen erst mal schön angst dass man schön angst machen okay 20 der mit aus der reichweite da ist ein hit mit der ferngelenkte rakete die zone tut mehr weh als alles andere da ist es so unspäter kann er aufgetaucht mit der epischer sieg als ob das nicht passiert ist